Ich glaube, Freunde, ihr könnt es schon sehen, wir haben heute jemanden dabei, der als Hacker spielt und nicht nur als Hacker, sondern als Hacker im Poster und wir wissen auch sozusagen, wer diese Person ist. Und zwar dieses fette Wahlroß. Ich werde dich hacken, dass du nie wieder Pipi machen kannst. Ja, du wirst es schon sehen, KidMalf, Pipi machen ist das Beste. Oder ist es nicht eigentlich ein Vorteil? Äh, vorbei? Ja, ist schon eigentlich, aber worüber reden wir, Bruder? Halt mal dein Maul jetzt. Wir starten mit dem Video, Freunde, und wie es funktioniert, seht ihr jetzt einen kurzen Erklärungspartner. Irgendwann, ich schwöre, ich lerne, flötig bin. Nächstes Video kann ich flötig, okay, kann ich nicht. Okay, Freunde, dann geht es jetzt auch schon los. Ich habe vergessen, Erklärungspartner zu machen, wir machen es einfach jetzt in dem Video. Denn, Freunde, es geht heute darum, dass Odoman heute der Hacker ist in dem ganzen Video und er sucht sich drei Hacks aus, die wir erraten müssen im Laufe des Spiels. Wenn wir die Hacks erraten, dann hat Odoman sozusagen verloren und ansonsten darf er halt rumlaufen und gehen einfach hin. Also er könnte jetzt einfach vor uns irgendwen abstrechen und wir könnten nichts dagegen machen, außer einfach nur zu hoffen, dass wir erraten, welche Hacks er hat. Aber Odoman, welche Hacks hast du denn alle, so damit wir mal ein paar eine Auswahl haben? Ich habe maximale Visionen. Ich habe Wallhack, ich habe Freecam, ich habe Zoom. Dann habe ich Unlock Vans, aber das bringt mir ja nichts. No Clip, das heißt, ich kann durch Wände laufen. In den Vans kann ich laufen. Und du kannst auch teleportieren, glaube ich. Und teleportieren und so ein Shit, stimmt. Die Sache ist, Freunde, es gibt jetzt starke Hacks und sowas. Aber wenn Odoman die stärksten Sachen nehmen würde, dann würden wir die, glaube ich, direkt rausfinden. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt ausguckt. Ja, ich spiele jetzt Wallhack und Speedhack und Teleport und so, weil dann wäre das zu OP und auch zu einfach für uns. Kidwave, komm mal zu Kill. Wer, Jun, was geht zu Kill? Wer ist Kill? Ach, der. Hier, Kill, was geht? Warum? Hä? 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 Welche hast du gerade alle genannt? Teleport kann es nicht sein, weil du hast direkt einen Kill dahin gemacht. No Clip ist durch Wände laufen, ne? No Clip ist durch Wände laufen, ja. Okay, ich mach den Call. Das heißt, du musst jetzt genau den Hack erraten, mit dem ich ihn gekillt hab. Also im Endeffekt hat Odoman gerade, ich war in einem Raum drin, mit Kill. Und Odoman hat dann einfach gekillt aus nichts. Also ich hab den nicht gesehen, der war auf einmal da, hat den getötet. So like Teleport. Guck mal, nee, ein Teleport ist doch so, dass du erst da bist und dann musst du den Kill machen. Ja, aber du musst dir, nee, ja. Du musst dir aber auch überlegen. Glaube im Wände laufen, ne? Ja, ja. Du musst, du musst überlegen, ich hätte, ich hab auch, ich hätte auch ein Radar haben. Kann teleportieren, ich kann alles, Bro. Also erstmal, du musst den, oh, du hast dich kaputt gemacht, Bruder. Die Sache ist, als erstes, du musst eigentlich wissen, wo er da gewesen ist. Also, ich glaube. Aber das kann ich auch wissen, wenn ich im Wände... Na, Bruder, ich glaube, wir gehen mal auf ein bisschen offensichtlich. Ich glaube, also entweder Wände laufen oder du hast Wischen über die ganzen Maps. Das Sache ist aber mit Wände laufen, musst du dann erst aus dem Wände rausspringen oder kannst du einfach Kill-Button drücken? Das sag ich dir nicht. Das sag ich dir nicht. Okay, das gibt alle, ich sag aber, es ist Wände laufen. Ich block Wände laufen ein. Das muss ich sagen, ob es stimmt oder nicht. Ja. Okay, es war Wände laufen. Ich mach's auf. Uuuuh. Ihr liegt, ihr habt, du Pisser, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich hab noch zwei Hacks. Okay, also heißt, Odoman hat sozusagen den ersten Hack jetzt schon raus, noch zwei Hacks haben wir übrig. Oh, ja. Bruder, also du bist gerade schon schlecht dabei, ne? Wir haben gerade angefangen. Okay, Freunde, wir hatten kleine Probleme. Odoman konnte sich nicht bewegen, weil er einfach zu viel gegessen hat. Er hat keine Fettsack. Deswegen sind wir... Alter, ein Schnauzer. Deswegen sind wir jetzt wieder hier drinnen. Aber die Sache ist, alle anderen bleiben am Leben. Warum musst du den töten, Bruder? Ich hab gerade gesagt, er bleibt am Leben. Der arme Junge, Bruder. Ich hab gerade gesagt, er bleibt... Warte, wir können doch eigentlich mit Porten noch was callen, oder nicht? Jetzt haben wir irgendwie den vorbei. Ja, eigentlich schon. Doch, mach, 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 mach. Was passiert, wenn wir falsch voten? Okay, wir machen jetzt so. Okay, okay, okay. Wenn wir falsch voten, steht einer von uns. Also, wir machen jetzt erstmal keinen Vote, weil das wäre ein bisschen zu riskant. Bei? Nein, ich gucke noch, ich gucke noch. Ich muss erst sicherer sein. Macht die Aufgaben, Leute. Wir können auch mit Aufgaben gewinnen, es geht auch. Aber wir haben halt Aufgaben komplett hochgestellt. Deswegen kann auch ein bisschen... Ja, danke schön. Reicht ja nicht, dass du Hacks hast, Bruder. Er macht doch kacken Reaktoren. Wo bist du denn, Digga? Ich bin Reaktor, du, und hier. Ah, hier, was geht, Bruder? Komm mit, komm mit. Ja, zeig mal, was kannst du. Zeig mal deinen Hacks. Guck mal da. Also, wenn es läuft, kannst du nicht mehr. Nein, das darf ich nicht. Okay, okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Kann man dich denn erwischen beim Hacken, Digga? Wie soll das funktionieren? Du musst dich ja live gesehen haben dabei, Digga. Das ist richtig. Ich muss einfach... Woher kamst du? Woher kamst du? Hä? Ja, reporte doch, reporte doch. Bruder, ich habe gerade... Hä? Reporte, Bro. Komm, trau dich. Warte, lass mich kurz eine Aufgabe machen. Die dauert... Oh, Junge. Die Aufgabe kann ein bisschen dauern. So, okay. Drei Leute verloren, Digga. Drei Leute hast du verloren. So, du kamst aus dem Nichts. Oh, yeah, boy. Yeah, boy. Nenn mir kurz nochmal ein paar Hacks, die du hast. Ich habe Wallhack, Max Vision, Zoom, Freecam, Geister sehen. Ich habe durch Wände laufen. Ich habe Move by the Events. Das ist ja nicht mehr. Ich habe einen Radar. Ich habe Teleport. Ich habe Namen ändern. Ich kann meinen Namen ändern, aber das bringt mir ja nichts. Hast du Max Vision vielleicht? Ich weiß nicht. Was schreiben die anderen? Teleport, Noclip. Er könnte außerhalb der Map gelaufen sein. Das könnte wirklich sein. Boah, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Das könnten wir aber auch gar nicht sehen. Teleport ist zu offensichtlich. Ja, Teleport hat er, glaube ich, nicht. Weil dann würde er sich irgendwann auf einmal vor mich teleportieren und aus Versehen oder sowas. Wir würden das sehen. Also, weiß sagt Noclip. Orange sagt, habe gar keinen Plan. Baba. Korrekt, Bruder. Ey, nice. Warum schreibst du dann überhaupt? Ich call Noclip. Und? Ihr hattet recht. Als ob. Doch, ich habe da noch einen Hack gepickt. Hä? Nimmst du die stärksten Hacks oder was, du Spasti? Hä? Warum? Noclip, Bruder. Jetzt hast du nur noch einen einzigen Hack. Die Sache ist aber, ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht irgendeinen Kack-Hack genommen hast. Heißt also, Freunde, theoretisch ist Odoman ab jetzt einfach ein normaler Impostor. Was ist das bitte für ein Bild, Dick? Theoretisch ist Odoman ab jetzt einfach ein ganz normaler Impostor, weil er hat bloß locker irgendeinen Müll. 100%. Bruder, vor allem, du hast einfach genau vor mir den Kill gemacht. Kamst du da gerade einfach aus der Nichts raus? Vielleicht. Digga, BAM! Das war echt knapp, Bruder. Das war echt knapp, Digga. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen, Kid Malf. Aber was machen wir denn da? Oder Licht wieder anmachen. Was machen wir denn da? Mach das Licht an. Komm, trau dich. Komm, mach das Licht an, Kid Malf. Komm, komm, Kid Malf. Mach das Licht an. Ja, ist an. Back! Bruder. Du machst halt auch ganz net Kills, Digga. Hast du den Hack gerade benutzt? In der letzten Sekunde, wo ich vom letzten Kill bis zum jetzt nicht... Hast du den Hack benutzt? Ja. Ja. Benutzt du den Hack die ganze Zeit? Das sage ich. Okay, Speed Hack haben wir, glaube ich, raus, Freunde. Ich glaube, Speed Hack ist zu auffällig. Den benutzt er, glaube ich, nicht. Was könnte es sein? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du einfach Dingens hast. Einen kleinen Schwanz. Das habe ich jetzt gar nicht mit rechnet, Digga. Du machst das. Das habe ich jetzt gar nicht mit rechnet. Halt deinen Schotten. Genau, Bruder. Wo ist der nächste, der nicht Slack, Digga? Ja, komm, ich Slack jetzt, Kid Malf. Reiß mit dir, Digga. Ja, tust du das? Ach, Odoman, woher wusstest du denn, dass ich hier bin? Hä? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Wusste ich gar nicht. Du hast safe, Max-Vision, oder raus, du. Okay, Freunde, wir haben noch genug Leute, um vielleicht beides zu callen. Ich muss nur kurz ein Likeschen finden von Odoman. Safe. Wie konntest du denn bitte wissen, dass ich ein Admon bin, Bruder? Nein, Bruder, du machst keinen Kill, Digga. Freunde, ihr schreibt jetzt im Chat, entweder hat Odoman die Map rausgesucht, oder du hast Max-Vision, dass du alles sehen kannst. Ja, entscheide dich. Kill-Range? Nein, Kill-Range ist es nicht. Ich glaube, wir skippen alle. Ich sage, du hast Max-Vision. Nicht skippen, Digga, aber warte mal, wenn ihr was verkackt, dann müssen wir doch den Ja, dann kannst du doch einen killen. Okay, was hast du gesagt? Jetzt machst du mich ein bisschen Ding ins, Digga. Nein, du hast schon gesagt, halt dein Mord. Du hast gesagt Max-Vision. Nein. Nein, Max-Vision habe ich gesagt. Ist dir sicher? Ja, bin ich. Ja, bin ich. Es ist nicht Max-Vision. Nein. Es ist nicht Max-Vision. Digga, aber hä? Deshalb stirbt jetzt jemand, Kid-Mabe. Okay, shit. Also bitte alle am Eingang bleiben. Alle am Tisch bleiben. Bleib jetzt hier. Rett weg! Rett weg! Nein, Putsch, Digga. Okay, okay, Digga, okay. Lohnt. Bruder, aber wie konntest du mich sehen, dass ich bei Ad-Man bin? Wie konntest du das wissen? Konntest du das wissen? Also ich habe Jaja getötet, ne? Also bei Emergency. Darf ich denn reporten? Du darfst, Digga. Du darfst machen, was du willst, Digga. Hast du das Radar? Ich habe nicht das Radar. Alter, deine Schnauze, ich habe es nicht. Hä? Ich habe doch gar nicht gewartet. Du hast gefragt, Alter, deine Schnauze. Nein. Alter, die Schnauze. Nora wird immer nicht sterben. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Du hast nur noch eine Chance, Kid-Mabe. Okay, Freunde. Also haben wir jetzt nur noch Playboss und mich zusammen. Wir sind die einzigen zwei. Oh mein Gott. Wir haben also noch zwei Versuche, weil mein Versuch zählt sozusagen auch noch. Ich könnte mich also sozusagen auch selber öpfern. Öpfern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du? Ja. Hä? Okay, was habe ich vorhin gesagt? Max Vision ist es nicht, oder? Ich gebe dir drei Sachen zur Auswahl. Okay. Es gibt einmal Zoom, einmal Wallhack, einmal Freecam. Die drei gibt es. Da ist doch, warum du es meinst. Glaub mir, es ist Film. Okay, Nora, ich glaube dir, es ist Film. Okay, ich vertraue auf Nora. Wir sagen es ist Film. Es ist Film. Wir wollten Nora raus. Und die Antwort ist, kid me, fetten Trommelwirbel. Es war Wallhack. Nein. Es war nicht Zoom. Nora, Junge. Ich habe gesagt, es ist nicht Zoom. Okay, also hast du noch Wallhack, Bruder. Das konnte man aber auch kaum erfahren, Alter. Ich schwöre, das war auch schwer. Aber wir haben alle anderen rausgefunden. Okay, Freunde, würde ich sagen, haben wir damit sozusagen rausgefunden, wer der fettste Mensch ist und das ist Odomann. Von daher haut da rein, man sieht sich morgen. Und kauft Merch von mir, weil ab jetzt, Freunde, sind wir SOS Kinderdorfpartner und mit jedem Merch kauft Benet ihr einen Euro. Wir bringen eine AA-Flöte raus, Digga. Halte.